Du wärst eine Weise auf stürmischer See. Die Ehe ist ein sicherer Hafen. Du wirst deinen Mann lieben, ehren, ihm gehorchen. Amen. Amen. Ich komme wegen des Porträts. Man wird sagen, seht euch den alten Glückspizza? Hat er nicht eine zauberhafte junge Frau? Was ist mit euch? Ich bin überwältigt. Du bist nicht glücklich, oder? Der Maler. Er soll nicht wiederkommen. Ich sag eurem Mann, was sie insgeheim treibt. Das wagst du nicht. Die erste Blüte welkt zuerst. Geh mit mir fort. Euer Vorschlag ist absurd. Ich habe einen Plan, der uns beide rettet. Glaubt ihr zwei wirklich, ihr kommt damit durch. Wir können zusammen sein. Es heißt, ihr werdet sehr beschäftigt. Allerdings nicht mit Malerei. Das ist die ganze Zeit. Erst das war... Untertitelung des ZDF, 2020